Hallo zusammen, hier ist wieder Outschla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Astral Out of X. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um ein Toy aus dem Arati Hochland, aus der Warfront. Und zwar befinden wir uns mit einer 102er Char im Arati Hochland auf den Koordinaten 47, 76. Und dort haben wir einen Rare, der schimpft sich, Molok der Zermalma. Und ja, der ist einer, der relativ viel Life hat, ich glaube 1,5, 1,6 Millionen alleine an sich schon. Und der kann uns hier ein nettes Toy droppen, das ich hier mit dem x-ten Twink mal bekommen habe. Denn ihr könnt ihn zwar alle paar Minuten umhauen, aber ihr kriegt halt nur einmal Loot und zwar einmal pro Warfront. Heißt, es kann bis zu einem Monat dauern, dass ihr mit einem einzelnen Char wieder eine Loot-Chance habt. Deswegen empfiehlt es sich, den mit mehreren Chars zu farmen, wenn ihr denn mehrere 120er Chars habt. Weil ja, mit Chars, die drunter sind, habt ihr das Problem, dass die Warfront hier nicht für euch gefacet ist. Und ihr im normalen Arati Hochland steht und dann, ja, sind auch diese Rares quasi nicht da. Ich habe das Ding jetzt schlussendlich bekommen und will euch das mal zeigen. Und zwar fliegen wir ein bisschen von diesen komischen Ogern mal weg. Das Toy heißt hier Moloch Maskerade und wir schauen mal an, was das Ding kann. Jetzt gucken wir mal hier rein. Moloch Maskerade und zwar, wenn wir es einsetzen, dann setzen wir uns einen steinenden Moloch-Kopf auf den Kopf. Und, ja, wir gucken uns das mal an und, ja, wir haben so einen Ogerkopf auf dem Kopf. Das sieht ziemlich dämlich aus. Seht ihr das? Was ich mich frage, ob ich das Ganze mit irgendeinem anderen Verwandlungseffekt theoretisch kombinieren kann. Ob ich quasi diesen komischen Kopf plus noch einen anderen Verwandlungseffekt haben kann. Jetzt muss ich mir bloß irgendwas raussuchen, was mich verwandelt. Ich glaube hier, wir nimmt so ein Ding. Ne, das funktioniert nicht. Also man kann nicht den Moloch-Kopf auf eine andere Verwandlung draufpacken. Ich kämpfe jetzt hier nicht gegen den Gegner, weil das hier wieder so ein Schar ist, der kein Gier hat. Und, ja, das geht nicht gut aus. Okay, man hat auf jeden Fall auf dem normalen Schar dann 10 Minuten den Kopf obendrauf. Anscheinend nicht kombinierbar mit irgendwelchen anderen Verwandlungen. Sehr, sehr schade. Ich habe mich schon gesehen mit abstrusesten Kombinationen. Und, ja, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.